Herzlich willkommen bei Smart Bartending, dein Kanal für Cocktails, Rezepte und mehr. Ich bin Kevin und wir drehen heute wieder in der Smokin' Shisha-Bar in Reda Wienbrück. Checkt auf jeden Fall mal deren Instagram-Account ab. Wir machen heute einen Zeitdosen-Klassiker, den Coupa Libre. Ich glaube, geschmackig muss man nicht viel zum Drink erzählen. Ich glaube, es ist mit der simpelste Drink, den man überhaupt machen kann. Wir haben nur drei einfache Zutaten, Rum, Limetten und Cola. Wir nehmen heute in dem Fall einen Bacardi 4 Jahre. Ich empfehle euch auch einen Havanna 7 Jahre oder den Plantation Free Stars. Ich glaube, es gibt, was das angeht, keinen richtig und falsch. Ihr könnt einen dunklen Rum nehmen, einen hellen Rum nehmen. Nehmt einfach den, der euch am besten schmeckt und probiert auf jeden Fall auch ein bisschen durch. Wenn ihr in einer anderen Bar seid, macht es auf jeden Fall auch mal einen anderen Rum. Bis man den richtigen findet, kann man echt viel Spaß mit dem Drink haben. Zum Anfang benötigen wir erstmal ein High-Board-Glas. In das High-Board-Glas nehmen wir eine gute Portion Eis hinzu. Das Eis will dann nicht direkt reingehen, aber braucht noch ein bisschen mehr. Schön bis oben hin auffüllen. Jetzt brauchen wir einen Rum eurer Wahl. Ich gebe davon 60ml des Bacardi 4 Jahre einmal hinzu. Und als nächstes brauchen wir jetzt Cola. Ich nehme in dem Fall einfach Coca-Cola. Natürlich könnt ihr auch die Cola eurer Wahl nehmen. Ihr könnt gerne Pepsi nehmen oder etwas dergleichen. Das führen wir einfach bis oben hin einmal auf. Zum Schluss kommen wir nochmal zur wichtigsten Zutat und zwar der Limette. Das unterscheidet nämlich ein Rum-Cola von einem Cuba Libre. Ich nehme dafür zwei Limettenspalten und drücke sie einfach rein und fertig ist der Cuba Libre. Ich glaube, das ist mit das kürzeste Video, was wir je für YouTube gedreht haben. Muss man auch zugeben, es ist ein simpler Drink und wir euch heute nur das Rezept gezeigt. Wenn euch die Geschichte des Drinks interessiert, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Gerne können wir auch dazu was ausführlicheres machen und vielleicht ein 10-Minuten-Video für den Cuba Libre draus zu machen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video. Ich hoffe, ihr wisst jetzt auch, wie man einen perfekten Cuba Libre macht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.